Nachdenkseiten Die kritische Website Familienministerium räumt finanzielle Sonderbehandlung des grünennahen Projekts Gegneranalyse ein Von Florian Warwick Die Skandale rund um das umstrittene Projekt Gegneranalyse der grünennahen Denkfabrikzentrum Liberale Moderne Liebmord reißen nicht ab Den Nachdenkseiten liegen interne Unterlagen vor, die belegen, dass das Familienministerium das Projekt, welches zum erklärten Ziel hatte, systemoppositionelle Medien zu überwachen, großzügig im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben finanzierte Obwohl grundlegende Anforderungen an die Projektfinanzierung nicht erfüllt waren Auf Nachfrage räumte das Ministerium jetzt gegenüber den Nachdenkseiten ein, dass für Liebmord extra eine Ausnahmeregelung erlassen wurde Dies ist aber bei weitem nicht die einzige Ungereimtheit bei der von Regierungsseite mit Steuergeld in Millionenhöhe finanzierten Nichtregierungsorganisation mit dem fragwürdigen Status als gemeinnützige GmbH Hintergrund Ausgestattet mit allein 284.590,33 Euro vom Bundesfamilienministerium, ausgerechnet im Rahmen des Programms Demokratie leben Dazu kamen noch Gelder von der Bundeszentrale für politische Bildung, BPB Ging im August 2021 ein Projekt mit dem bezeichnenden Namen Gegneranalyse gegen Medien als Radikalisierungsmaschine an den Staat, das ausschließlich mit Steuergeld finanziert Verfassungsschutz spielt Wie es beispielsweise der Journalist Frank Lüberding in einem Beitrag für die Welt ausführte, der darin zudem eine Zweckentfremdung öffentlicher Mittel für parteipolitische Ziele sah Zu einem ähnlichen Urteil kamen auch die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin von Bündnis 90 Die Grünen, Antje Vollmer, in einem Interview mit Telepolis kurz vor ihrem Tod in welchem sie das Projekt ihrer Parteikollegen als Instrument eines ideologischen Lobbyismus bezeichnete sowie SPD-Politiker Matthias Brotkorb in einem Beitrag für den Cicero der Ergänzen von einem staatlich finanzierten Eingriff in die unabhängige Meinungsbildung der Bürger sprach Kritisch-gesellschaftliche Entwicklungen hinterfragende Medien wie die Nachdenkseiten, NDS, wurden von Lebmord in der Gegneranalyse als systemoppositionelle Gegenmedien bezeichnet, die selbstklärende Gegner der liberalen Demokratie seien, die es in Form von monatlichen Monitorings zu überwachen und in Form von Fallstudien zu analysieren und vor allem zu diffamieren galt Hauptziel waren dabei die Nachdenkseiten, denen die zweifelhafte Ehre zuteil wurde, dass sie in den ersten zwölf Monaten der Laufzeit des Gegneranalyseprojekts das einzige Medium waren, dem eine Fallstudie gewidmet wurde Danach folgten knapp vor Ende der anderthalbjährigen Probelaufzeit noch Fallstudien zu Kompakt und Auf1 Zwei weitere Fallstudien zu Apollut und RT.de wurden erst vier Monate nach offiziellem Projektende veröffentlicht Die Tatsache, dass ausgerechnet ein klassisch linkes und gewerkschaftsnahes Medium wie die Nachdenkseiten von Lebmord zum Hauptgegner des Projektes auserkoren worden war, sorgte auch im Bundestag für Verwunderung, sodass zahlreiche Anfragen hierzu die Bundesregierung erreichten Dabei kam unter anderem heraus, dass das grüne nahe Zentrum neben der von Friedrich Küppersbusch recherchierten institutionellen Förderung in Höhe von 500.000 Euro pro Jahr durch das Bundespresseamt BPA insgesamt rund 5 Millionen Euro Fördergelder durch aktuell von Grünen geleitete Ministerien, insbesondere Familien und Außenministerium erhalten hatte Ebenso musste die Bundesregierung einräumen, dass der historisch aus der NS-Zeit vorbelastete Titel-Gegneranalyse, unter dem das Projekt lief, ohne Absprache mit den Geldgebern erfolgte Dieses Vorgehen wurde nicht mit den fördernden Institutionen abgestimmt, hieß es leicht pikiert auf eine entsprechende Nachfrage Ausnahmen erlassen, die neuste Entwicklung in der Causa-Gegneranalyse Dieser in den oben genannten Daten zum Vorschein kommende Klientelismus von Altkadern der Grünen hat durch kürzlich im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes veröffentlichte Dokumente unter anderem die Förderantragsskizze von Liebmord sowie der Zuwendungsbescheid des dem Familienministerium unterstellten Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben BAFZA neue Bestätigung gefunden Das Projekt Gegneranalyse wurde fast vollumfänglich durch das dem Familienministerium unterstellte Bundesprogramm Demokratie Leben finanziert In dessen Richtlinie zur Förderung von Projekten der Demokratieförderung, der Vielfaltgestaltung und zur Extremismusprävention heißt es unmissverständlich 2. Die Zuwendungen werden grundsätzlich als Teilfinanzierung in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen gewährt Dabei soll vorrangig von der Fehlbedarfs- oder der Anteilsfinanzierung Gebrauch gemacht werden 3. Die Gewährung einer Zuwendung setzt grundsätzlich den Einsatz von Eigen- bzw. Drittmitteln in Höhe von mindestens 10% der Gesamtausgaben im Bewilligungszeitraum voraus Wirft man aber einen Blick auf den offiziellen und für verbindlich erklärten Finanzierungsplan für das Projektgegneranalyse Dann fällt auf, dass die sechsstellige Zuwendung des Familienministeriums erfolgte Obwohl weder die geforderte Teilfinanzierung noch der ebenso grundsätzlich vorgeschriebene Einsatz von Eigen- bzw. Drittmitteln in Höhe von mindestens 10% vorlag Wie aus dem Finanzierungsplan ersichtlich, wurde das Liebmordprojekt zur Überwachung angeblich systemoppositioneller Medien ausschließlich vom Bundesfamilienministerium sowie der dem Innenministerium unterstellten Bundeszentrale für politische Bildung finanziert Die verfügbare Projektsumme setzt sich lediglich aus den Zuwendungen des Bundesprogramms Demokratie Leben 284.590,33 Euro sowie der Bundeszentrale für politische Bildung 31.621,14 Euro zusammen Als Eigen- und Drittmittel werden im Bewilligungsbescheid 0 Euro angeführt Die Nachdenkseiten fragten hierzu sowohl das Familienministerium und Liebmord als auch die grüne nahe Denkfabrik an Für das Ministerium antwortete die zuständige Pressereferentin Jenny Möller mit folgender Begründung Die administrative Umsetzung des Bundesprogramms Demokratie Leben erfolgt durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben BAFZA Auch der Zuwendungsbescheid wird durch das BAFZA erstellt Der Träger hat die Kofinanzierungsquote von derzeit in der Regel 10% nicht eingehalten Der Träger konnte dem BAFZA seine Bemühungen um Kofinanzierungen unter anderem bei verschiedenen Stiftungen plausibel darlegen Deshalb wurde eine Ausnahme erlassen Eine seit 2018 allein mit über 5 Millionen Euro Steuergeld gepäppelte, transatlantisch ausgerichtete Denkfabrik Darunter eine halbe Million Euro jährlich vom Bundespresseamt für eine nicht projektgebundene institutionelle Förderung Sollen nicht in der Lage sein, den grundsätzlich geforderten 10%igen Eigenanteil, also im konkreten Fall 28.459 Euro aufzubringen? Noch aufschlussreicher ist vor diesem Hintergrund die geradezu unverschämte Antwort von Oliver Geheb, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Zentrums Liberale Moderne Auf die Frage der Nachdenkseiten, aus welchen Überlegungen heraus sich die Denkfabrik entschieden habe, nicht den geforderten Eigenanteil in Höhe von 10% für das Projekt bereitzustellen, erklärte dieser Es waren keine Eigenmittel verfügbar Fast kein einziger Punkt der Förderrichtlinie erfüllt Finanzierung erfolgte trotzdem Doch ist dies bei weitem nicht die einzige Ungereimtheit bei der Bewilligung des Förderantrags für Gegneranalyse durch das Bundesfamilienministerium, in welchem die Liebmordgründerin Marie-Luise Beck jahrelang als parlamentarische Staatssekretärin tätig war So heißt es in den Förderbestimmungen für Demokratie leben bezüglich der zu unterstützenden Projekte eindeutig Zielgruppe des Bundesprogramms Demokratie leben sind in erster Linie Kinder und Jugendliche, deren Eltern, Familienangehörige und Bezugspersonen, junge Erwachsene, aber auch Ehren-, Neben- und Hauptamtliche in der Kinder- und Jugendhilfe und anderen Sozialisierungsorten tätige, Multiplikatorinnen bzw. Multiplikatoren sowie staatliche und zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure Angesichts von Inhalt und Ausrichtung des Projekts Gegneranalyse kann man grundsätzlich ausschließen, dass sich dieses Projekt in erster Linie an Kinder und Jugendliche wendet. Man fragt sich auch, unter welches der vorgegebenen 14 Themenfelder der Projektförderung von Demokratie leben, das umstrittene Liebmord eingeordnet wurde. Selbst der Bewilligungsbescheid des Ministeriums macht dazu bezeichnenderweise keine konkreten Angaben. Problematisch für die erfolgte Förderung erscheint auch die unter Punkt 5 der Förderrichtlinie Grundsätzlich nicht zuwendungsfähig sind Maßnahmen und Projekte mit agitatorischen Zielen und Maßnahmen, die im Rahmen institutioneller Förderungen des Bundes gefördert werden. Alle beabsichtigten Maßnahmen müssen partizipativ angelegt sein und einem begründeten Bedarf entsprechen. Da es sich bei dem Projekt nicht um eine Maßnahme mit agitatorischen Zielen handelt, müsse man angesichts des verwendeten Projektnamens Gegneranalyse der genutzten Sprache gegenüber den beobachteten Medien, Agendasetzer der radikalen Systemopposition und Behauptungen, wir nehmen einen Bereich unter die Lupe, in dem radikalisierte Positionen von Impfgegnerschaft, Elitenfeindschaft oder Verschwörungstheorie in einer radikalisierten Sprache in die Mitte der Gesellschaft wirken, infrage stellen. Ebenso stellt sich die Frage, ob die explizit unter dem Titel Institutionelle Förderung erfolgten Zahlungen des Bundespresseamtes in Höhe von 500.000 Euro jährlich an Diebmord nicht mit dem Teil der Förderrichtlinie grundsätzlich nicht zuwendungsfähig sind Maßnahmen, die im Rahmen institutioneller Förderungen des Bundes gefördert werden, kollidieren. Ebenso war das Projekt nachweislich nicht partizipativ angelegt und entsprach auch nicht dem in den Richtlinien geforderten begründeten gesellschaftlichen Bedarf. Halten wir fest, Gegneranalyse erfüllte weder buchhalterische noch inhaltliche Mindestanforderungen der Projektförderung bei Demokratie leben, erhielt aber trotzdem den Zuschlag, die ist zudem fast in Höhe der maximal zu vergebenden Fördersumme des Bundesprogramms. Ob es bei der Projektbewilligung wirklich mit rechten Dingen zugegangen ist, darf angesichts der aufgezeigten Unstimmigkeiten bezweifelt werden. Um hier jeden Zweifel auszuräumen, wäre es angeraten, dass das Ministerium und insbesondere auch die gemeinnützige GmbH reinen Tisch machen und den gesamten Antrags- und Bewilligungsprozess veröffentlichen. Bisher wehrt sich insbesondere Liebmord mit allen Mitteln, man fragt sich wieso, dies zu tun. Ein entsprechendes Gesuch auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes wurde bisher von der Geschäftsführung, dem Ehepaar Ralf Füchs und Marie-Luise Beck, abgelehnt. Auf dem Portal Frag den Staat heißt es dazu noch sehr zurückhaltend formuliert. Das Zentrum für liberale Moderne hat die Herausgabe der angefragten Informationen abgelehnt, da die Unterlagen angeblich schützenswertes Know-how für Förderanträge enthalten. Für eine Institution, die mit durch Steuergelder geförderten Projekten vorgeblich die Demokratie stärken möchte, ist diese Form der Intransparenz kein Herausstellungsmerkmal. Wie scheinbar unangreifbar sich die Macher von Liebmord fühlen, zeigt auch der Umgang mit dem bewilligten Projektantrag. Im fraglichen Antrag wird dargelegt, dass mit den Mitteln im Rahmen des Förderzeitraums von August 2021 bis Dezember 2022 unter anderem monatliche Monitorings, Fallstudien zu vier ausgewählten Schlüsselmedien, zwei Fachgespräche mit Vertreterinnen von Projekten aus dem Bundesprogramm, zusammenfassende Veranstaltungsberichte, die Erstellung eines Abschlussberichts sowie eine öffentliche Präsentation mit Vertreterinnen aus Projekten und Partnerschaften des Bundesprogramms durchgeführt werden sollen. Zum Zeitpunkt der Projektlaufzeit im Dezember 2022 war kaum einer der genannten Punkte erfüllt. So wurden beispielsweise zwei der Fallstudien erst im April 2023, also geschlagene vier Monate nach Ende der Projektförderung, veröffentlicht. Ebenso gibt es mit Stand Mai 2023, also fünf Monate nach Ende der Projektförderung, weder den versprochenen Abschlussbericht noch die damit im Zusammenhang stehende öffentliche Präsentation der Ergebnisse desselbigen. Auch dazu befragten die Nachdenkseiten das Familienministerium. Die lapidare Antwort Die Erfolgskontrolle sowie die Prüfung der Mittelverwendung erfolgt erst im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung. Der Verwendungsnachweis muss bis zum 30.06.2023 eingereicht werden und liegt derzeit noch nicht vor. Das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Die Evaluationsergebnisse wurden dem Zuwendungsgeber fristgerecht überreicht und werden derzeit geprüft. Eine Veröffentlichung ist geplant, zu welchem Zeitpunkt steht noch nicht fest. Na, dann nehmen wir doch gerne das Ministerium unter der Leitung der grünen Politikerin Lisa Paus beim Wort und warten mit Spannung auf die doch hoffentlich zeitnahe Veröffentlichung der Evaluierungsergebnisse des Projektes ihrer Parteifreunde. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Bye. You You You